Die Information ist wie ein Bank. Einige von uns sind riech. Einige von uns sind schlecht mit Informationen. Unsere Arbeit, dein Job ist, die Bank zu verhören. Es besteht tatsächlich ein Zusammenhang zwischen der letzte Woche aufgetretenen Massenübelkeit. Glaubst du eigentlich, wie lange solche Musik schon auf diese Weise eingesetzt wird? Und überall sämtliche Küchengeräte in einwandfreiem Zustand zu halten. Und lächeln, lächeln. Wir verkaufen doch schließlich Fröhlichkeit.